Moin Moin Leute und Herzlich Willkommen zu einem neuen Part The Crooked Man Ich bin LittleCompicePlan oder einfach noch gar nicht und bei den Metzler sind wir hier stehen geblieben und Warte, das fuckt mich jetzt grad... Stimmt, die Tür ist einfach aufgegangen? Hat der die nicht abgeschlossen gehabt? Holy fuck, holy fuck, was zum Teufel geht hier ab? Ähm Ich werde jetzt noch einmal kurz auf diesen... Warte, wo war noch mal dieses Bildchen? War das im Diary? Nee, 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 nee Das war das, wo er sich selbst erhangen hat, bla bla blub Stand hier nicht ne Memo? Genau Äh, im Bett waren wir schon, dann der Mülleimer und das Board war im vierten Stock, okay Dritte oben, vierter Stock und das letzte war... Unten, oben unten merken Oben Mülleimer Unten Board Ich würd sagen, da machen wir erst das mit dem Board Hier müsste jetzt nämlich ja eine Zahl stehen Ein Board, gut zu wissen, ein Dings Äh, die Papiere angucken, kann man nicht lesen Dann nehmen wir die Papiere ab Da ist eine Nummer, die Nummer 6 Aber da es ja das dritte ist, ist das die allerletzte Nummer Und wir müssen jetzt noch eine Nummer finden Okay Dann wollen wir mal sehen, welche Nummer sich jetzt noch im dritten Stock befindet Und, wo wir die Nummern dann auch benutzen müssen Das ist noch die andere Sache Ähm Hier war das glaube ich Und dann im Mülleimer, right? Yes Look inside Da kann man nichts mit lesen, dann würde es wahrscheinlich auf dem Boden irgendwie stehen oder so Das nichts Dann wird es wahrscheinlich auf dem Boden wirklich stehen Gut, dann haben wir jetzt die Reihenfolge 716 Gut Ähm Und wir müssen jetzt weiter Noch Dings suchen Wir müssen jetzt ja noch weiter diese ganzen Pieces hier finden Wir haben schon 3 von 6 Das ist schon ein guter Anfang Und welche haben wir denn hundertprozentig schon gefunden? Flower is good Haben wir schon Ähm Wash your hands Hatten wir die schon? Ich glaube schon, oder? War das nicht die im Klo oder so? Klo oder so Ähm Flower is good Die hatten wir Wash your hands Hatten wir wahrscheinlich Cafeteria ist wahrscheinlich Where do you lunch? Give me a call Hatten wir schon, da waren wir bei der Telefonzelle Nurses know that Nurses know that ist noch ein bisschen schwierig Da weiß ich noch nicht ganz so was das mir sagen soll Aber das werden wir wahrscheinlich auch noch herausfinden Jut Erstmal wollen wir jetzt zur Cafeteria gehen War die hier oder war den Floor drüber? Die war Hier Ist auch die Cafeteria ne? Sah aus wie die Cafeteria Ist auch die Cafeteria So Irgendwo hier Ist ein Stück Gut, dann haben wir das Stück auch schon mal Ich speichere mal wieder, ich bin ja total der Speicherfetischist Ähm Okay, was haben wir denn noch für Heinz? Das Nurses know that Get close to the sky Ja, get close to the sky Das sagt mir so viel wie Geh aufs Dach Deswegen Wie kommen wir am ehesten aufs Dach? Das ist eine gute Frage Ähm Ich glaube nicht, dass uns diese Räume irgendwie hoch zum Dach führen werden Ich weiß nicht warum ich das glaube, aber Irgendwas sagt mir Dass mich das nicht dahin führen wird Wo ich hin will Hier war dieses komische Bett, wo vorne Einer vorgereiert hat, aus welchem Grund auch immer Ich hab grad einen ganz komischen Nicht Geschmack im Mund, aber irgendwie Hä Das ist grad ganz eklig irgendwie Bleh Bleh So Mh, 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 mh Hm, hm, hm So Wo Können wir denn hingehen Da war ein kranker Mann Und er fuhr ein kranker Weg 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 Warum sagst du das jetzt? Da war ein kranker Mann, hä? Ja, Mama hat mir das immer erzählt Ich wollte das, äh, hab das immer geliebt das zu singen Und ich mag den Song Okay Was ist los, Mister? Ich hab das auch als Kind gelernt Aber mir gefielts nicht so Warum nicht? Es hat sich nur nach einem traurigen Song angehört Er hat die ganze Zeit, sein ganzes Leben ist ja da rumgelaufen Und hat so einen komischen Stuff gemacht Und, ähm Dann hab ich immer Angst gehabt, dass ich der Crooked Man wäre Aber natürlich nur als ich ein Kind war Und ja Versteh ich nicht Aber tut mir leid, falls sich das irgendwie traurig gemacht hat Äh, egal, nee Hab mich nur daran erinnert Du bist ein guter Sänger, Fluffy Singst du mit deiner Mutter zusammen? Ja, Mama mag das auch Und es macht richtig Spaß mit dir zu singen Singst du auch, David? Haha Nein, ich bin nicht gut Du bist, äh Besser dran, wenn du Äh, mir keinen Versuch gibst Zu singen Okay, hier haben wir noch den Medizin-Room Müssen wir da vielleicht auch mal irgendwann irgendwie hin Das ist die Frage So Wir brauchen irgendwie Einen Raum Wo Was ist das? Hier kommt man doch auch lang, oder? Ne Hä Wir brauchen einen Raum, wo Krankenschwestern sind Würde ich jetzt meinen Hier nicht Hier nicht Ein Raum, wo Krankenschwestern sind Raus gehen wir mit Sicherheit nicht Ne, hier sind wir schon in allen Hier sind wir schon alle Räume abgeklappert Wenn, dann ist das glaube ich auf dieser Seite hier Hm Nam 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 Pediatrics, surgical ENT Obwohl, hier haben wir auch eigentlich schon alles abgeklappert, nicht? Dermatologie Hier oben war das jetzt mit dem Psychiatrist da, ne? Radiologie Surgery Psychiatrist, ja Das geht nicht auf Hm Dann werden wir wohl doch nochmal einmal hier vorbeischnubbern Ein wenig vorbeischnubbern So Gehen wir hier nochmal hoch Hier ist die Cafeteria, das habe ich richtig im Kopf Ja So Und der Werteherr Lukas schreibt mich gerade an mit TTT Und ich würde ihm jetzt am liebsten sagen Ne, ne, ne Gott war der schlecht, Janik Ja Weil ich gerade am aufnehmen bin, falls ihr Falls ihr es noch nicht wusstet, ich nehme gerade auf Finde ich cool Ich nehme gerne auf Meine Frage ist auch immer noch, wie komme ich aufs Dach Ich habe wirklich noch keinen einzigen blassen Schimmer Wie ich aufs Dach kommen soll Das ist, ähm Total komisch Concealing Room, das würde mir auch nichts bringen Hm 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 Okay Wie gesagt, das ist jetzt gerade, ähm Ich habe nämlich auch mal einmal im Internet mich schlau gelesen Weil, äh, die ganzen Enden kann ich ja nicht auswendig wissen, wie man da hinkommt Deswegen habe ich immer, ähm, so eine kleine Liste, wie man ein Ende freispielt Und deswegen, wir haben noch ein paar Enden vor uns Aber, das Was stand da? Ach, das hatten wir ja schon Aber, ähm Das Gute An der Sache ist So viel haben wir gar nicht mehr vor uns Ohne Witz, wir sind schon fast durch So komisch es auch klingen mag, wir sind wirklich schon fast durch So, ähm Wee, lalalalalala Ha Hier haben wir auch schon was her, gut Also ich habe immer im Kopf so ein bisschen, dass man nur an einer Sache immer was herholen muss Hm Sechs Stücke Nicht so sehr einfach, Junge Gut, da wollen wir auch anscheinend nicht rein Hä, he, 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 hee Was haben wir denn noch für Schlüssel? Die können wir uns ja auch mal angucken Wir haben noch Schlüssel gekriegt Stained with Catblatt, can't read the tag Okay, wir haben noch einen blutigen Schlüssel. Wo auch immer uns der hinführen wird. Hier sitzen ja auch manchmal Krankenschwestern. Deswegen dachte ich mir vielleicht, ob hier irgendwas ist. Aber hier ist auch nichts. Aber hier sind auch einfach nirgendwo Krankenschwestern. Wo wäre denn hier sonst eine Krankenschwester? Ich meine, die gehen mal in jedes Zimmer rein, aber das war es dann auch, oder nicht? Die Cafeteria ist da jetzt noch. Da wird wohl auch nicht so viel abgehen. Hier hatten wir das mit dem blutigen Text. Ja, und die anderen Türen gehen nicht auf. Hm. Hm. Vielleicht stehe ich gerade auch einfach extremst auf dem Schlauch. Bin einfach total strumpzenblöd. Und das Ding ist auch, wir haben jetzt ja auch einen Code gekriegt. Die Frage ist auch, wo wir den Code überhaupt eingeben müssen. Das ist auch so eine Sache, wisst ihr? Ich habe einfach viel zu viele Sachen, wo ich nicht weiß, wo ich sie eingeben muss. Okay, der hat sich mal gemessen. Gut zu wissen. Echt cool. Ja, ich weiß auch nicht wirklich, was das ist. Das hätte ich jetzt auch nicht sagen können. Vielleicht an seiner Stelle gewesen. Wo geht's hier runter? Können wir auch nirgendwo hin. Da, 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 da. Da. Hä. Hier ist auch noch dieser komische Embryo. Klick, klick, bieb. Ja gut, solange hier nichts hochgeht, habe ich echt kein Problem damit. Ich will nicht, dass der irgendwas hier hochjagt. Wäre ich nicht so Fan von... Ein dreistelliger Code. Sieh an, sieh an. 716. Unlock the door. Hier geht's hoch. Und schon kommt man plötzlich wieder voran in dem Spiel. Okay. Warte, wo kommt man denn hier raus, wenn man hier jetzt... Ähm. Okay, nichts könnte das hier losschneiden. Wenn ich nur irgendwas hätte, was das kaputt machen könnte. Der vielleicht? Was kann ich dagegen tun? Ja, was kann er dagegen tun, dass er... Hm. Was kann man denn tun, damit man da hochkommt? Hä. 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 Ich stehe heute mal wieder ein wenig auf dem Schlauch. In der heutigen Folge, wie ihr merkt. Was man mir aber auch, äh, um Gottes Willen verzeihen darf. Weil... Einfach ist was anderes. Was sind da drin? Alte Organe? Ich weiß es nicht. Ich will es auch ehrlich gar nicht wissen. Echt nicht. Nein. Können wir hiervon irgendwas mitnehmen und damit irgendwas basteln oder so? Who knows? Ich habe hier gerade die abstrusesten Ideen. Hm. 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 Können wir hier vielleicht irgendwo den Schlüssel verwenden? Oder ist hier noch irgendwas? Können wir hier vielleicht den Schlüssel verwenden? Nee. Wo brauchen wir denn bitte einen blutigen Schlüssel? Das ist doch schon so ein Schlüssel, den braucht man nur in den komischsten Situationen. Ach Gottchen, ach Gottchen, ach Gottchen. Hm. 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 Ich bin auch gerade schon am überlegen, vielleicht brauchen wir hier den blutigen Schlüssel. Schlüssel. Nein. Bin ganz schön am überlegen, ob ich, wo wir jetzt ja eh schon so nah am Ende sind, ein wenig am Ende die Folgen ein wenig kaputt schnipple. Sprich, dass ich blödes Rumlaufen ein wenig rausschneide, weil ich so ein bisschen geplant habe oder es recht cool fände, wenn wir zum Ende des Jahres perfekt mit Crooked Man fertig werden. Das könnte sogar klappen, weil wir haben jetzt noch zwei Tage, wenn ich jetzt 22 Minuten Folgen rausklatsche, sollte ich damit eigentlich durchkommen. Und das wäre doch ganz cool. In meinen Augen. Wo zur Hölle kann man denn hier noch irgendetwas machen? Was sind das über... Das sind hier solche Bänken, Bänke glaube ich einfach, nicht? Ja. Ha. Hier ist auch nichts Besonderes mehr drin. Hier auch nicht. Hier schreibt mir jedes Mal, wenn ich irgendwo durchgehe. Können wir hier vielleicht irgendwie was mitnehmen, was vielleicht... Das Wire oben aufschneiden. Ach naja, hat er so gesagt. Die krassesten Sachen könnten das nicht aufmachen. Hm. Nun gut. Ich würde sagen, ich mache hier sonst aber erstmal eine kleine Pause. Wir sehen uns im nächsten Part um 15 Uhr morgen. Vielleicht dann auch schon der finale Part. Ich schaue mal, ob ich da was zusammengeschnippelt kriege. Sonst würde ich sagen, wie immer, falls es euch gefallen hat, macht doch ein Daumchen nach oben und schaut doch heute mal im Hangout vorbei. Bei Google Plus. Video ist auch verlinkt. Dort könnt ihr mal reinschauen. Wir sehen uns. Euer Brian. Ciao, die Daum. Bis zum nächsten Mal.